MENUS! Ähm... MENUS! 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 Hey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem übel krassen Wer bin ich auf meinem Vereinigten Kanal mit den Julián Und äh... Ja... Für die Leute, die es noch nicht kennen Jeder von uns hat jetzt sich einen YouTuber rausgesucht für den jeweils anderen Kandidaten Und ja, jeder hat halt ähm... Ich glaube so viel Versuche bis man... Oder jeder kann halt versuchen zu erraten, wer das ist Ohne, dass der andere den Namen sagt Und ja... Ich würde einfach sagen, fängst du an mit raten, oder? Ja, okay... Mache ich COD-Videos? Äh... Nein... Achja, okay... Okay, ja, dann bin ich... Ja, du bist dran Okay, ähm... Äh... Mache ich, äh... Erspiele ich Gameplays, oder? Mh... Ja, auch Also ich mach Call of Duty Videos, auch, oder? Ja... Ähm... Habe ich mehr als 100.000 Abonnenten? Ja... Habe ich mehr als 200.000 Abonnenten? Ja... Ähm... Mache ich Minecraft Videos? Nein... Oh... Achso... Okay... Ähm... Ne, okay... Ähm... Ähm... Spiele ich auch andere Spiele aus der Call of Duty? Ja... Ab und zu... Ab und zu... Sehr selten jetzt, aber... Auch schon mal... Habe ich nen Zweitkanal? Also nen Let's Play Kanal, oder? Ne... Okay... Wobei... Ja... Ja... Also wo nur Let's Plays kommen, nur Let's Plays? Nein... Okay... Ja, achso, ich bin ja dran... Ähm... Mache ich Real Life Videos, also Vloggen und sowas? Ja... Ähm... Also kleiner Tipp, du machst nur... Okay, nur... Ähm... Bin ich in Scope 21? Nein... Scheiße... Hätte ich mir jetzt gut denken können... Ähm... Okay, ähm... Ähm... Mache ich mit mehreren YouTubern mal zusammen ein Duel, oder sowas? Eher weniger... Also nein... Eher weniger... Ja, wo... Ja... Also ich meine jetzt so... Oder eher gesagt, kenne ich... Kenne ich viele YouTuber so... Also... Ja... Habe ich mit denen was zusammen mal gemacht, oder so? Ja... Du hast auf jeden Fall schon mal mit welchen was zusammen gemacht, ja... Okay, also ich bin nicht Giorgio the Beast, oder so? Mh... Nein... Okay... Also... Habe ich über 100.000 Abonnenten? Ja... Ähm... Habe ich über 200.000 Abonnenten? Ja... Ähm... Über 500.000? Nein... Ähm... Mann, das ist verdammt schwer irgendwie... Doki, ihr denkt so... Voll übel leicht und... Ja gut, aber die sehen das ja auch... Ja das... Ja, okay... Okay, hast recht... Ähm... Oh... Fuck, ey... Also du sagst, ich bin kein übel Biest, also ich bin gut einfach nur... Also ein Call of Duty... Ja... Biest, ja... Kann man so sehen und anders sehen, also wie auch immer... Du bist kein schlechter Spieler, also du bist schon echt gut so... Okay... Äh... Okay... Bin ich... Also habe ich... Ich weiß nicht, vielleicht... Habe ich ne Freundin? Ne... Also weiß ich nicht... Kann ich so nicht... Kann ich jetzt nicht beantworten... Ich weiß es nicht... Okay... Hm... Ja, mach nochmal dann, weil das ist ja ne Frage, die kann ich ja nicht beantworten... Ja, okay... Also ich bin nicht Montana Black... Nein... Also... Du bist nicht Montana Black, ja... Ja, okay... Achso, dann bin ich ja noch... Bin ich nochmal? Nein... Ne, ich bin dran... Okay... Äh... Oder... Was hast du gefragt? Ich bin nicht Montana Black... Ja... Hast du gefragt, oder? Ne, also bin ich Montana Black, dann hast du Nein gesagt... Achso, okay... Ja, okay... Ähm... Ja... Real Life... Habe ich über 300.000 Abonnenten? Ja... Ja, etwas... Gerade so... Den kennst du auch auf jeden Fall... Mach ich nur Real Life Videos? Ja, nur Real Life Videos... Ausschließlich... Genau... Mh... Mh... Den musst du kennen... Mh... Mach ich öfters was mit... Anderen YouTubern zusammen? Eigentlich nur, ja... Oder fast nur, ne? Mh... Mh... Boah ey... Voll schwer... real life also habe ich noch einen zweiten kanal wo ich gaming mache nein also habe ich schon gefragt ja genau also bin ich bin ich unter 20 jahre ja also ich bin bekannt auf youtube bin ich bekannt auf youtube mit meinen gameplays ja bin ich für skabasa nein alter das ist ja richtig schwer aus real life kenne ich nicht so krass viele versuch mal zu fragen was man ja ich will jetzt schlecht tipps geben aber ja ich kann nur ins ich muss mal kurz überlegen richtig schwer was kann man denn noch fragen ich gebe mir so einen kleinen tipp ok also du machst ja also du machst auch mal was oder machst auch mal was mit inscope auch mal ja ja würde ich sagen ja ich glaube ich habe eine vermutung bin ich unsympathisch in meinen videos nein nein eigentlich nicht also unsympathisch tv nein ok also bin ich schon bin ich schon länger auf youtube bekannt ja ja bin ich bin ich mit einem anderen youtube oder youtuber gut befreundet oder wo mit den zusammen in einer wg nein also ich mache öfters was mit inscope zusammen anders als sex bin ich muskulös ja also bin ich karl s hey leute ich bin's karl ja bist du auf jeden fall ok ja der tipp war schon echt gut ja man denkt an die einzigen die wirklich fast nur real life machen oder naja ok außer denn so ja wie nachdem wie man das ansieht so beauty oder so das ist auch real life so also naja die fünf ja ok hast recht hast recht so aber das ist ja aber kein real life richtig die ja naja egal naja geht so ok vielleicht auch mal einen tipp geben oder beziehungsweise ich gebe den tipp zu einer frage frag auf welcher konsole oder was auch immer du spielst dann ist es auf jeden fall schon leichter auf welcher konsole spiele ich ja du musst halt fragen achso genau achso ja spiel ich auf eine xbox nein soll ich jetzt die ganze zeit fragen spiel ich auf eine ps4 oder spiel ich auf eine playstation nein spiel auf dem pc ja das ist ja schon guter schon gut wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage ja du spielst auf dem pc so das ist ja naja okay auch machen können auf pc und konsole glaube ich oder ja aber ausschließlich pc und ich habe einen zweiten kanal wo ich auch gaming machen ja ich hatte irgendwas mit 300 200 irgendwas 1000 ja also unter 300 also zwischen 200 und 300.000 du spielst auf dem pc ich gebe dir jetzt noch mal einen tipp du hast einen zweiten kanal eröffnet und weiterhin co die zu bringen weil du das auf dem ersten auf deinen eigentlichen kanal nicht mehr machen durftest oder ist bestimmt im kopf weil zwei blicken das ist das ist ein pc spieler co die spieler so der vor allem nur zwei leute ein die auf dem pc so groß sind also die immer noch im pc spielen ja ich bin immer noch er spielt immer noch im pc ich bin ich bin noch auf pc jetzt gerade irgendwie also momentan gerade jetzt gerade weiß ich nicht ob er spielt aber okay also musst du kennen alter ich habe ich schon verloren aber ich mir fällt gar nichts eine locker locker den kenne ich sowas von ja musst du wenn du den nicht kennst junge was also okay dein name in deinem namen habe ich habe ich habe ich irgendeinen begrüßungsspruch oder so den den jeder kennt ich glaube ich weiß ich nicht also ich gebe dir jetzt noch einen tipp was mit dem was mit dem kanal namen zu tun hat du liebst kekse ja keine ahnung soll ich sagen da kommt ja nur ein ja alles cookies aber ja nicht im ernst ist doch das ist doch mit kann man darauf nicht die spieler weiß ich auch nicht kann ich darauf nicht kommen ich habe schon so eine kasse tipps gegeben die waren übel kasse tipps eigentlich aber ich bin ja ja okay das ist okay du liebst kekse ist klar aber aber das auf pc nur also er spielt ja eigentlich hauptsächlich um pc du hast auch nicht gefragt ob er aber noch irgendwie real life macht oder so das recht habe ich gar nicht gefragt glaube ich zumindest das weiß ich jetzt aber er macht er ist ausschließlich durch co die bekannt wurden geworden aber danach noch irgendwas anderes macht das was mir nicht gefallen auf jeden Fall eine witzige Runde wir haben eine witzige Runde auch für nicht schon wieder verloren man ist schon die zweite Runde man schon wieder verloren schon wieder verloren das kann da kein ne spaß ist lass es zu schlechten ich bin einfach zu schlecht wer bin ich ja auf jeden Fall vielen Dank für's mitmachen Julian und ja um mein Gott ist schon wieder verloren ja auf jeden Fall sehen uns im nächsten Video meine krassen Freunde und ja ich würde sagen wenn euch das Video gefallen dann gibt mir wieder ein Daumen nach oben und ja abonniert den Kanal für besseren Sex und ja oh mein Gott wie schlecht haut rein Freunde und 3,2,1 Tschüss das mein Gott mit nerven in sie Life